Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen in meiner Küche. Es gibt heute leckere Pasta mit Zitrone, damit der Sommer auch für immer bleibt und unbedingt dranbleiben und bis gleich. Wir benötigen unbedingt ein paar leckere Nudeln, etwas Sahne und ein paar Cashewnüsse, Petersilie, Zucchini und Frühlingszwiebel, frische Zitrone und Cherrytomaten und Olivenöl, Salz und Pfeffer und etwas Parmesan, wer möchte. Und jetzt legen wir los. Für dieses Gericht wählst du am besten die Nudeln, auf die du gerade Lust hast und es passt natürlich auch herrlich anderes Gemüse sowie Erbsen hinein oder andere Dinge. Und natürlich passen auch gut Pinienkerne. Cashews und Pinienkerne, ich kann mich immer nicht entscheiden. Ich nehme heute Cashew-Nüsse, weil die sind auch lecker und ja, mal gucken was die Nudeln machen. survival Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.